Ja und weiter geht es hier mit einer Neuheit und vor allem einer Sendung für unsere Kinder. Und ich glaube unsere Kinder, die leiden unter dieser Situation noch viel mehr als wir Erwachsenen, aber Kinder, und das wissen sie, leiden leise. Ja und ich merke das selber bei mir, bei meinen Enkeln, die sind langsam so richtig in einem Loch drin, keine Freunde mehr treffen, nicht mehr spielen gehen, nicht raus auf den Hof groß, sondern wirklich nur in genauen Bahnen. Und deshalb ist es jetzt unsere Aufgabe, mal wieder für ein Kinder lächeln und für leuchtende Augen zu sorgen. Und wir haben drei Produkte hier, die mit Sicherheit für leuchtende Augen sorgen werden. Und Ostern wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, aber auch jeder andere Zeitpunkt ist der richtige Zeitpunkt, um unseren Kindern eine Freude zu machen. Und Sarah hat uns drei Stück mitgebracht. Beginnen tun wir mit dem Favoriten meines Enkels, das kann ich Ihnen sagen, der fährt jeden Tag ein paar Stunden darauf rum, mit diesem wunderbaren Motorrad. Ein absolut geniales Kinderelektromotorrad. Wenn man sich den kleinen mal hier so anguckt, so nenne ich den jetzt einfach mal, sieht der ja wirklich täuschend echt aus. Der hat wirklich alles bis zum Windschutz mit den kleinen Fußpitalen. Da sind wirklich auch Stützräder mit dabei, also ganz sicher. Und der fährt bis zu 3 kmh schnell, also auch nicht zu schnell. Und wenn man sich das Ganze mal so anschaut, das ist wirklich mit Liebe auch da gearbeitet worden. Der Sitz ist bequem, es ist gepolstert, die Griffe sind da. Man hat wirklich ein täuschend echtes Motorrad und das in Miniaturformat. Da werden auf jeden Fall die Kinderaugen wieder leuchten. Und ich weiß das von mir auch selber, meine Neffen und Nichten, die lieben solche Fahrzeuge, weil es wirklich auch, ja, die anderen Kinder sind da richtig eifersüchtig. Da können die richtig stolz drauf sein, weil das ist was ganz Besonderes. Gerade wenn man Enkel hat, da kommen die auch gerne mal zum Opa, wenn die da sind. Ja, also bei mir, ich habe es den Enkeln geschenkt, da müssen sie nicht zu mir kommen. Die dürfen es jederzeit wirklich auch zu Hause nutzen. Aber man kann es natürlich auch zu Hause haben. Aber ich finde das so toll. Erstens mal jetzt vom Preis, weil wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 149 Euro. Und einmal angemacht ist das Fahrvergnügen pur mit absoluter Sicherheit. Denn Sie sehen, auf der Seite hat das Motorrad natürlich auch noch Stützräder. Das heißt, keine Unfallgefahr. Und wir schauen auch mal auf den Preisvorteil, den Sie heute haben. Sie sehen auf Pearl.de schon sehr günstig mit knapp 77 Euro. Aber für Sie hier und heute zum TV-Sonderpreis für 69,95 Euro. Das ist im Prinzip unser Frühlingsanfangspreis. Aber ich würde sagen, das ist der Preis, der für leuchtende Augen bei Ihren Kindern, Enkeln, Neffen oder anderen Kindern in der Verwandtschaft sorgt. Genau. Und wissen Sie, wie die Augen noch leuchten, wenn das erst mal angemacht wird? Jetzt gucken Sie mal. Die Lichter gehen Front- und Heckleuchten gehen an mit richtigem Motorrad-Sound. Man hat hier sogar einen kleinen Anschluss für einen MP3. Und das ist halt wirklich so toll. Man kann das hier einfach lenken und hupen kann man natürlich. Und man kann vor- und zurücksteuern. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal aufs Gaspedal drücken, schauen Sie mal, das ist auch gar nicht so schnell. Da kann theoretisch der Kleine oder die Kleine selber anfangen, mit dem Motorrad ein wenig zu fahren. Und die Füße sind hier sicher abgelegt. Das bedeutet, er kann auch nicht runterfliegen. Also ganz süß. Ja, und was bei Ihnen auch passieren wird, und ich weiß das jetzt aus erster Hand von meinem Enkel oder meiner Tochter, die erzählt mir das, wenn andere Kinder zu Besuch kommen, Der erste Weg von allen Kindern ist zum Motorrad drauf sitzen und einmal den Flur hoch und runter fahren. Und es macht so viel Freude. Und nochmal, es ist in der Verantwortung der Erwachsenen endlich mal wieder für Freude und für lachende Kinder zu sorgen. Und ich glaube, so etwas sorgt für ein Strahlen. Ja, und das wird auch bei Ihnen sein. Und Strahlen tut auch der Geldbeutel durch diesen fantastischen TV-Sonderpreis. Übrigens geeignet für Kinder so bis sieben, acht Jahre. 30 Kilo ist die Maximalbelastung. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Diana saß auch schon drauf und ist eine Runde gefahren. Also es hält auch kurzfristig mal mehr aus. Aber so ist eben die Empfehlung der Hersteller. Richtig. Also es macht riesengute Laune. Die Kinderaugen werden leuchten. Es ist täuschend echt. Es ist so günstig. Und schauen Sie mal, die Reifen mit dem Profil. Also das ist auch wirklich so, dass man draußen gemütlich mit den Kleinen fahren kann. Selbst wenn man nebenbei gemütlich spaziert. Das sind ja nur drei kmh. Also wirklich so, dass der Kleine oder die Kleine da nicht davonfährt. Aber einen Riesenspaß hat. Weil jedes Kind wünscht sich ja auf dem Motorrad zu sitzen. Auf einem richtigen Motorrad. Und das ist wirklich bis ins letzte Detail genau gearbeitet worden. Dass man wirklich denkt, wenn man das von Weitem sehen würde und da wäre jetzt kein Kind daneben, würde man denken, das ist ein echtes Motorrad. Und das ist wirklich so schön gemacht. Gerade wenn man jetzt auch Motorradliebhaber ist und Enkel oder Kinder hat, dann freuen die sich natürlich über sowas besonders. Dann können sie wie der Opa oder wie der Papa auch so ein Motorrad fahren. Und das Ganze macht halt wirklich auch mehr Spaß, wenn man spazieren geht. Gerade sonntags wollen ja häufig die Eltern oder Großeltern einen Spaziergang machen. Da können die Enkel oder die Kinder sich einfach hier draufsetzen und ja, kein Vergnügen. Und die Eltern und die Großeltern laufen stolz nebenher, weil auch uns Erwachsenen das gefällt. Ich muss sagen, ich als kleines Kind hätte mir die Finger dafür abgehackt, so ein Kindermotorrad zu bekommen mit Elektromotor. Gab es damals noch nicht oder war unbezahlbar. Heute ist es bezahlbar und deshalb sorgen Sie dafür, dass jemand in Ihrer Verwandtschaft, in Ihrer Bekanntschaft eben leuchtende Kinderaugen bekommt. Und wichtig ist, das ist ja auch nochmal ein Aspekt, das kauft man nicht einem Kind. Weil das Kind wird irgendwann mal rauswachsen und dann wird das Motorrad in der Verwandtschaft weiter wandern. Und das nächste Kind wird ganz viel Freude daran haben. Und das ist eben auch noch ein weiteres Highlight. Also sorgen Sie dafür, dass unsere Kinder, die ja wirklich sehr schwer leiden, hier ein bisschen Freude in ihrem Leben haben. Und nochmal kurz auf meinem Enkel, der geht jetzt unglaublich gern spazieren. Der will immer raus, weil er sein Motorrad hat. Ja, da wird jeder richtig stolz und man hat auch eine kleine Abwechslung. Gerade wir haben ja auch als Kinder und Jugendliche die Möglichkeit gehabt, auf den Spielplatz zu gehen, uns mit Freunden zu treffen. Jetzt war aber die ganze Zeit halt nun mal etwas schwieriger für die Kids. Und genau deshalb wollen wir auch jetzt mal an die Kinder und an die Enkel denken, dass die wieder so ein richtiges Highlight haben. Und auch mal wieder sich freuen können, dass sie was Tolles machen können. Wenn jetzt auch gerade in den letzten Wochen und Monaten alles halt nicht mehr so war wie früher. Ich bin mir sicher, bei diesem Preis wird das ganz schnell ausverkauft sein. Wir schauen nochmal auf den schon günstigen Pearl.de Preis mit 77 Euro. Wir kommen von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 149 Euro. Für Sie hier und heute gerade mal 69,95 Euro. Die Bestellnummer ist die NX 9730 und die 56901 ist sicher. Die Freude, die Sie hiermit verbreiten, die ist in Euro nicht zu beziffern eigentlich unbezahlbar. Es geht weiter, wer lieber ein Auto hätte. Und hier haben wir ein Mercedes-Lizenziertes Kinderfahrzeug. Ich muss sagen, in das kann man sich spontan verlieben. Das ist so süß, da geht wirklich das Herz auf. Ein lizenziertes Mercedes-Fahrzeug quasi für Kinder. GLA, AMG-Optik. Also wirklich so schön gemacht in weiß. Cabrio, das ist ja wirklich auch die Kinder, die gerne, die Jungs oder Mädels, die dann die Erwachsenen sehen, den großen Mercedes. Die haben jetzt ein täuschend echtes kleines Format bei sich zu Hause. Und hier ist auch wieder an alles gedacht worden. Wenn wir jetzt hier von oben reinschauen, hier ist tatsächlich ein Fünf-Sitzgurt drin. Natürlich für die Sicherheit gesorgt, dass man sich da erstmal anschnallt. Optisch hervorragend mit kleinen Türen, die man einfach aufmachen kann. Wirklich süß mit einem Fußpedal, wo das Kind quasi lernen kann, vor- und zurückzusteuern. Man muss das nur einmal anschalten. Lichter, die sich einstellen lassen quasi mit einem super süßen Lenkrad. Und wir schalten das Ganze jetzt einfach mal an. So, die Lichter gehen an mit einem tollen Display. Und dann kann man sagen, okay, vielleicht soll das jetzt zurückfahren. Und dann kann der Kleine quasi oder die Kleine aufs Fußpedal drücken und selber bis zu 7 kmh schnell fahren. Aber das Schöne ist, hier ist eine Fernbedienung mit dabei. Und die geht immer vor. Das bedeutet, wenn das Kind jetzt irgendwo hinfahren möchte und man möchte das steuern, kann man mit der Fernbedienung natürlich auch für die Sicherheit sorgen. Und das geht immer vor. Also hier ist das für die Sicherheit fürs Kind mit dabei. Hier gibt es sogar noch ein wunderbares Farbdisplay, wo tatsächlich Musik abgespielt werden kann. Man kann keinen USB-Stick einstecken und Musik anhören nebenbei, so wie die Großen das machen beim Autofahren. Hupe ist noch mit dabei. Also ganz, ganz toll. Und es ist auch wieder etwas, wo ich sagen würde, ich glaube, jedes Kind wäre richtig, richtig stolz. Und das ist auch vielleicht eine gute Idee. Als Familie gemeinsam legt man vielleicht zusammen und holt ein so ein tolles, wunderbares Geschenk fürs Kind. Ja, das ist wirklich etwas, was Augen zum Leuchten bringt. Und ganz, ganz wichtig, der Spaß heute für die Kinder. Die müssen in allen Beziehungen jetzt gerade zurückstecken und vielleicht auch da jetzt einfach mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Wobei, mit 180,49 Euro sind wir hier sehr, sehr günstig. Die unverbindliche Preisempfehlung ist 329,90 Euro. Und ganz wichtig ist auch, das Kind kann natürlich jederzeit autark fahren. Selber lenken, selber steuern. Aber sollte es mal in die falsche Richtung steuern, haben Sie als Eltern oder Großeltern jederzeit die Möglichkeit, mit der Fernbedienung einzugreifen und das Kind wieder auf den richtigen Weg zu führen. Aber schauen Sie sich diese Optik an, da träumt man doch davon. Ein GLA 45 im AMG Design. Also das ist herausragend. Das ist herausragend. Das ist herausragend. Hier ist wirklich wieder detailgenau gearbeitet worden mit den Sitzen. Auch wieder sieht so täuschend echt aus. Und wissen Sie, das Tolle ist, hier kann das Kind selber lernen, das Licht zuzuschalten, vor- und zurückzufahren. Und das auf einer ganz spielerischen Art und Weise. Hierzu haben wir übrigens auch einen Bericht von der Gala. Vielleicht sehen wir das auch gleich. Und da geht es nämlich darum, dass Kinder wirklich spielerisch lernen. Na, hier ist es auch schon. Ja, und mit diesen Fahrzeugen haben Ihre Kinder garantiert Spaß aufgesessen und los geht's. Kinderfahrzeuge trainieren nicht nur die Motorik der Kinder, sie steigern auch das Selbstbewusstsein, fördern die Koordination, Ausdauer und den Gleichgewicht Sinn. Diese Flottenflitzer bringen Ihre Kinder mit Sicherheit zum Strahlen. Und unten steht dann noch, gibt es zahlreiche Kinderfahrzeuge, die nicht nur Spaß machen, sondern auch den natürlichen Bewegungsdrang fördern. Sie motivieren Ihr Kind, die eigenen Fähigkeiten und Grenzen zu testen und sich selbst auszuprobieren. Also, therapeutischer Hintergrund, den haben wir auch gerade geklärt. Aber für mich ist jetzt im Moment wichtig, den Kindern wieder Freude ins Leben zu bringen. Und das tut man ohne Zweifel auch mit diesem Mercedes. Und auch hier wird der Papa ganz stolz nebenher laufen, dessen bin ich mir sicher. Und ganz, das ist mein Kleiner oder meine Kleine, die fährt hier den Mercedes Cabriolet. Und es ist einfach atemberaubend schön. Es ist atemberaubend schön, macht riesen Spaß. Man ist ja auch, man freut sich ja, wenn die Kids auch Spaß haben. Man kann hier, wie Diana das macht, ganz einfach auch mit der Fernbedienung steuern, wenn mal irgendwas sein sollte, dass es irgendwie langsam gelernt werden kann. Und hier ist wirklich wieder bis ins letzte Teil gedacht worden, bis zu 7 kmh schnell kann man da mitfahren. Und da passt wirklich, ja, jedes Kleinkind will sich da, glaube ich, direkt reinsetzen. Und wenn man mehrere Geschwister hat, kann der Nächste das dann direkt weitergeerbt bekommen. Genau, das ist eben das Schöne, dass man hier eben auch für mehrere Generationen an Kindern ein tolles Spielzeug holt. Und wie gesagt, ich schätze mal von zwei bis sieben Jahren ungefähr ist das ein absolutes Top-Spielzeug. Irgendwann wächst man raus und dann bekommt es das nächste Kind. Aber Sie bekommen es hier jetzt sofort zum TV-Sonderpreis. 180,49 Euro. Nochmal die unverbindliche Preisempfehlung, die liegt hier bei 399,90 Euro. Kommt jetzt natürlich, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade sogar zu viel gesagt, 329,90 Euro, aber wesentlich höher. Mit 180,49 Euro kommt es natürlich auch Porto- und Versandkosten frei in wenigen Tagen zu Ihnen. Die Bestellnummer für unseren Original, naja, fast Original, aber Mercedes-lizenzierten GLA 45 AMG ist die NX 6249 und die 569. Und jetzt kommen wir noch zu einer absoluten Neuheit und unsere Mädels kamen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Wir haben nämlich auch hier einen fast originalen, aber zumindest Audi-lizenzierten Q5. Genau, eine absolute Katalog-Neuheit. Und also wenn man sich den jetzt hier anschaut, also das ist ja der Wahnsinn. Ein Audi Q5, jetzt, jetzt war ich mal die Nummer falsch, Audi Q5, auch lizenziert und ganz, ganz neu. Und das müssen Sie sich jetzt mal hier anschauen, SUV, ja, also man sitzt schon höher drin und auch hier bis zu 7 kmh schnell kann man in einem täuschend kleinen, zuckersüßen Q5 selber drin sitzen als Kind. Und auch hier können Sie ganz einfach anschalten, vor und zurück fahren und eine wunderbare Fernbedienung ist auch hier wieder mit dabei, wo man natürlich für die Sicherheit sorgt. Und jetzt schauen Sie sich mal die Front von diesem Q5 an. Das sieht doch wirklich aus wie ein ganz normaler Q5, ne? Richtig und wenn er dann mal fährt, wirklich toll. Auch was ich klasse finde, selbst die LED-Beleuchtung ist hier fast 1 zu 1 nachgebaut. Und hier kommen wir von einer unverbindlichen Preisempfehlung, das ist ja auch einmal notiert, hier von 499,90 Euro. Für Sie hier und heute 256,49 Euro. Und nochmal, was sind schon ein paar Euro für die lachenden Kinderaugen? Kinder haben im Moment nicht viel zu lachen, sorgen Sie dafür, dass hier wieder ein Highlight, ein freudiger Moment in das Leben der Kinder kommt. Und mit so einem Q5, da ist dann nicht nur das Kind froh, sondern Mama, Papa, Opa, Oma sind auch richtig stolz. Richtig stolz. Ja, ist sogar so ganz, ganz toll. So ein Lenkknüppel mit dabei, wo man vor und zurück schalten kann. Also hier wird tatsächlich mit den kleinen Fingerchen, kann man hier schon das Schalten üben. Das muss man sich mal vorstellen. Ein beleuchteter Display, wirklich richtig süß gemacht. Natürlich auch hier mit Hupe und Musik. Und hier ist die Musik schon drin. Direkt ein USB-Stick rein. Ganz toll. Einfach wirklich das Gefühl, man sitzt in einem richtigen Fahrzeug. Natürlich ist die Anleitung mit dabei. Und jetzt schauen Sie hier wieder den ganz, ganz tollen Sitz. Ist wieder für die Sicherheit gesorgt worden. Und die Fernbedienung ist hier halt wirklich gigantisch. Also da würde man sagen, kann man als Elternteil nicht nur stolz sein auf die Optik. Und wenn das Kind natürlich auch lernt, hier gemütlich das Autofahren, spielerisch quasi, natürlich als Spielzeugversion. Aber auch wieder bis 7 kmh schnell. Und jetzt überlegen Sie mal, wenn Sie spazieren gehen, wie stolz ist denn da Ihr Kind oder Ihr Enkel nach der ganzen Zeit, wo man die ganze Zeit zu Hause sein musste, nicht mehr so fröhlich rumspringen konnte wie früher. Aber hiermit ist einfach wirklich für eine riesengroße Abwechslung gesorgt und ein wunderbares Geschenk auf. Ja, ich muss sagen, auch mit viel Liebe zum Detail. Schauen Sie sich die Türen an. Schauen Sie sich die nachgeahmten Alufelgen an. Dann natürlich der Fünfpunktgurt. Die einschaltbaren oder einklappbaren Seitenspiegel, die hier drin sind. Dann natürlich auch noch die beste Soundanlage. Ein Lautsprecher drin, um auch Musik zu hören. Und natürlich der Fahrspaß. Nochmal, es ist ein Audi-lizenzierter Audi Q5. Deshalb dürfen auch die Ringe vorne von Audi nicht fehlen. Was ich noch machen würde, kleiner Tipp von mir. Gerade so, Sie sehen da vorne ein Nummernschild. Machen Sie noch selber ein Nummernschild mit dem Namen des Kindes. Dann ist es nochmal individueller. Aber Sie sehen auch, unsere zwei Damen hier, bei denen ist es ja noch gar nicht so lange her, dass sie auch Kind waren, sind hellaufbegeistert von unserer absoluten Neuheit. Aber ich kann es nur sagen, greifen Sie zu. Weil dieses Kinderlachen hält auch etwas länger. Und dann wird vielleicht die ein oder andere traurige Serie jetzt, die wir haben, alle auch die Kinder ja auch mitleiden, wird dann eben ein bisschen überbrückt und gerät ein klein wenig in den Hintergrund. Aber ich bin auch Fan, schon allein von der Optik dieses Q5. Der ist atemberaubend. Atemberaubend und sehr großzügig auch vom Platz, muss man sagen. Man sitzt hier etwas höher auch. Man hat viel Platz, wirklich wie in so einem echten SUV. Und da ist auch wieder, gerade wenn man Audi-Liebhaber ist oder selber ein Audi-Fahrzeug fährt oder gerne eins fahren würde, dann würde man das natürlich auch gerne vielleicht für seine Kinder haben oder für seine Enkel. Und auch hier sage ich, es ist zwar ein ganz, ganz neues Gerät bzw. Fahrzeug, aber hier würde ich als Familie tatsächlich zusammenlegen und einmal das ganz, ganz tolle Modell holen. Schauen Sie mal, Diana hat schon richtig fun. Sie tanzt und das ist natürlich auch schön für die Kleinen, wenn die Musik hören und so ein bisschen, ja, sogar schalten können, vor- und zurückfahren können. Das ist doch richtig super, oder? So, jetzt fahren wir mal hier zurück mit Schaltung. Zack. Und hier theoretisch auch mit der Fernbedienung. Also da können Sie natürlich als Eltern oder Großeltern auch immer ein Auge drauf haben. Ja, glaub mir eins, hätte Diana ein bisschen kürzere Beine, jetzt würden Sie sich schon lange drin sitzen, weil es so viel Spaß macht. Und holen Sie sich den Spaß nach Hause für Ihre Kleinsten. Das Leben ist im Moment hart genug, nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die Kinder. Nur eins, Kinder leiden leise. Sorgen Sie für einen fröhlichen Höhepunkt im Leben. Und das jetzt hier bei unserem Audi Q5 mit 256,49 Euro. Kommt natürlich Porto und Versand kostenfrei zu Ihnen, ist auch in zwei, drei Werktagen bei Ihnen. Das heißt, auch wenn Sie es jetzt planen, zum Beispiel als Osterüberraschung, als großes Osterei, dann ist es auf jeden Fall noch rechtzeitig bei Ihnen. Hier bezahlbar für 256,49 Euro. Die Wirkung mit dem leuchtenden Kinderaugen, mit dem Lachen und dem Spaß der Kinder, die ist meiner Meinung nach unbezahlbar. Die Bestellnummer für unseren Audi Q5 ist die NX 7203 und die 569. Es ist eine absolute Neuheit bei uns und die Sie auch nach Hause holen. So, wir haben Ihnen drei Fahrzeuge vorgestellt, das Kindermotorrad für 69,95 Euro, den Mercedes GLA 45 und auch noch den Q5. Und Sie entscheiden jetzt, wie groß die Freude bei Ihren Kindern, bei Ihren Enkeln sein soll. Und gehen Sie bitte ans Telefon 080 51 51, dreimal die 4, unsere neue gebührenfreie Bestellhotline. Und dann kommen Kinderfreunden zu Ihnen und zwar Spielzeuge, die Kinder erfreuen, die eben ein bisschen aus dem tristen Alltag sich herauslupfen. Und das sollte Ihnen jeden Cent wert sein. Also ran ans Telefon.